Dezember kalt mit Schnee gibt reiche Frucht auf jeder Höhe. Mit dieser Bauernregel heiße ich dich heute ganz herzlich willkommen aus dem Heute-Wetter-Studio. Wenn man dieser Regel glauben mag, so dürfen wir uns jetzt schon über die Früchte freuen. Denn wenn wir uns die heutige Regen- und Wolkenvorschau anschauen, sehen wir gleich, dass im Westen des Landes heute gelegentlich Schnee fallen kann. Im restlichen Teil Österreichs ziehen leider viele Wolken auf und am ehesten hast du noch im Norden die Chance auf ein paar Sonnenstrahlen. Von den Temperaturen her müssen wir heute mit minus zwei bis knapp drei Grad in ganz Österreich rechnen. Am wärmsten ist es hier noch im Norden des Landes, vor allem im Burgenland und am kältesten erwischt es dich heute in Tirol. In Wien starten wir mit einem bewölkten Himmel und zwei Grad in den Tag. Mittags erreichen wir die Höchsttemperatur mit drei Grad und es lockert ein wenig auf. Abends dürfen wir dann mit zwei Grad rechnen und nachts mit ein bis minus ein Grad. Vom 5. bis 15. Dezember verlosen wir zehn mal 14 Tage Luxusurlaub in Los Angeles. Wenn also du auch einen Abstecher an die Sonne machen willst, dann den unbedingt unter www.heute.at slash gewinnen an dieser Verlosung teil. Und wenn du wissen möchtest, wie das Wetter die kommenden Tage wird, findest du wie immer alle Daten unter www.heute.at slash Wetter. Genieß deinen Samstag und wir sehen uns morgen wieder. www.heute.at slash Wetter.